Hallo liebe Märchenfreunde, willkommen bei Santiago's Adventskalender. Ich bin Johnson von der 22 Uhr Märchenstunde auf TikTok und nun wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Türchen. Ich möchte eine wunderbare Geschichte vorlesen aus einem ganz tollen Buch und zwar ist das das große Familie-Polunder-Buch. Vorlesegeschichten von Boris Pfeiffer. Daraus werde ich jetzt eine Geschichte vorlesen. Die Geschichte, die Episode heißt Familie Polunder sagt seltsame Worte. Pelle kommt keuchend in Priscillas Zimmer gerannt. Er rennt vor das Bett seiner Schwester und bricht in schallendes Gelächter aus. Dort japst er und prustet und kommt gar nicht mehr aus dem Lachen heraus. Priszilla sitzt auf dem Bett. Sie hat ein Buch in der Hand und sieht ein bisschen genervt hoch. Was ist denn mit dir los, Pelle? Hast du Lachhusten? Nein, keucht Pelle und wird puterrot im Gesicht. Papa hat Mama Hasi genannt. Hasi, als ob sie ein Hase wäre. Ausgerechnet Mama. Mama hat überhaupt keine Hasenohren und auch keine Hasenzähne. Sie hat auch ganz schöne Menschenohren und ganz schöne Menschenzähne. Pelle schnappt nach Luft. Ein bisschen verächtlich sieht Priszilla ihren Bruder an. Natürlich ist Mama kein Hase, aber das hat Papa auch gar nicht so gemeint. Hasi ist ein Kosename. Ein was? Pelle schüttelt verwundert den Kopf. Ein Spitzname, stimmt Priszilla. Spitz? brüllt Pelle. Was ist denn an einem Namen Spitz? Ein Messer ist Spitz oder ein Schwert oder eine Nadel, aber doch kein Name und auch kein Hasi. Er lacht schon wieder los. In diesem Moment kommt Pina ins Zimmer. Sie hat Priszilla und Pelle aus dem Flur gehört und mischt sich jetzt ein. Das stimmt, was Pelle sagt. Mann, 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 ruft Priszilla. Das sagt man aber trotzdem so. Wenn ich Pelle Butterbienchen nenne, dann ist das auch ein Spitzname. Ich bin doch kein Butterbienchen, wehrt sich Pelle. Ich bin lieber eine Vampirwespe. Er summt blutrünstig um seine Schwester herum mit einem spitzen Stachel. Und du, er bleibt dicht vor Priszilla stehen. Du bist eine dicke Butterbrezel. Priszilla verzieht den Mund. Dann bist du ein Himbeertörtchen mit Hasenherz. Sie tut so, als wollte sie Pelle in den Bauch pieken. Der springt schnell zur Seite. Er ist nämlich sehr kitzlig. Pina grinst. Pelle ist ein Himbeerkuchen mit Hasenherz, ruft sie. Ja, und was bin ich? Auffordernd sieht sie Priszilla an. In diesem Moment kommt Pino ins Zimmer. Was macht ihr denn? Was ist das mit Hasen und Süßigkeiten? Neugierig sieht er sich um. Ihr habt ja gar keinen Kuchen und keine Brezeln. Priszilla grinst. Nein, nur Worte. Aber vielleicht kannst du uns ja helfen. Pass auf. Mama ist ein Hasi. Pelle ist ein Himbeertörtchen mit Hasenherz. Ich bin eine dicke Butterbrezel. Äh, und was ist Pina? Äh, so, äh, aha, wundert sich Pino. Warum geht es denn überhaupt? Oh Mann, natürlich um Spitznamen, ruft Pina. Pina. Ach so, Pino winkt lässig ab. Kenne ich doch. Das ist nun ganz einfach. Du bist ein Igelschnäuzchen. Pina macht eine spitze Nase. Oh, wie süß, ruft sie. Pelle fängt an, durchs Zimmer zu tanzen. Er singt, Pina ist eine kleine Igelschnauze. Ich bin ein großes Hasenherz. Aber Pelle, wovor fürchtest du dich denn? Tante Irmel kommt durch den Flur und guckt ins Zimmer. Pelle bleibt erstaunt stehen. Ah, das bin ich doch gar nicht. Das ist nur mein Spitzname. Den hat mir Priscilla gegeben. Tante Irmel kichert. So, so, das ist doch wohl mehr ein Spottname als ein Spitzname. Och, jetzt hast du es ihm verraten. Priscilla sieht Tante Irmel vorwurfsvoll an. Was? fragt Pelle. Was hast du mir verraten, Tante Irmel? Das Hasenherz Feigling heißt, lacht Tante Irmel. Ah, da kannst du dich aber bei mir bedanken. Sonst hättest du dich bestimmt noch die nächsten sieben Wochen ein großes Hasenherz genannt. Boah, ich bin doch kein Feigling, schnauft Pelle empört. Nee, du bist ein Wortnichtkenner, grinst Priscilla. Pina schüttelt den Kopf. Und wenn schon, vor allem ist Pelle der Bruder von Igelschnäuzchen. Und Igel sind überhaupt nicht feige, sondern süß. Und deswegen bist du ein Bussi-Hasi. Sie gibt Pelle einen Kuss. Pelle lacht. Und du bist ein Schmuse, Schatz. Priscilla grinst und pustet los. Wo hast du das denn her? Tante Irmel sieht Pelle auf einmal ganz still an. Ja, wo hast du das denn nur her? Och, das ist mir so eingefallen, antwortet Pelle. Unglaublich, murmelt Tante Irmel. Das ist ja wie ein Wunder. So hat mein Mann mich früher genannt. Er hat mir wirklich die seltsamsten und schönsten Namen gegeben. Und manchmal hat der Schmuseschatz zu mir gesagt. Och, welche Namen denn noch? Welche denn? Rufen Pino und Pina. Und auch Priscilla und Pelle sehen Tante Irmel sehr neugierig an. Tante Irmel überlegt kurz. Dann zählt sie auf. Augenstern und Rehauge, Kaktusblümchen, Engelmaus und Watteflöckchen. Und ganz selten Grummelchen. Aber am schönsten war für mich Erdbärchen. Ja, das hat er immer gesagt, wenn er einen Kuss wollte. Er war nämlich eine ziemliche Knutschebacke. Knutschebacke. Pina, Pino und Pelle jubeln. Erdbärchen und Knutschebacke. Nur Priscilla sieht Tante Irmel mit großen Augen an. Den hätte ich gerne getroffen. Tante Irmel nickt. Ja, er war wirklich ein richtiger Kuschelbär. Sie schaut Pino, Pina, Pelle und Priscilla fragend an. Wie kommt ihr denn überhaupt auf Kosenamen? Na ja, weil Papa eben Hasi zu Mama gesagt hat, verkündet Pelle. Und wisst ihr was? Sie hat dann Purzelbärchen zu ihm gesagt. Kaum hat Pelle das ausgesprochen, liegen Priscilla und Tante Irmel und Pino und Pina vor Lachen nebeneinander im Bett und auf dem Boden. Puhuhohoho, purzelbärchen, keucht Pina. Das ist doch besser als alles. Was ist denn hier los? Papa Polunda und Mama Pepita kommen aus der Küche. Ach nichts, Purzelbärchen, presst Priscilla zwischen zwei Lachenfällen hervor. Genau, überhaupt nichts, stöhnt Pino. Wir fühlen uns nur alle so hasi. Papa Polunda und Mama Pepita werfen sich einen vielsagenden Blick zu. Dann sagt Mama Pepita, ihr seid vielleicht ein paar Muffelpuffel. Wieder brechen die Kinder und Tante Irmel in lautes Gelächter aus. Nur Papa Polunda guckt Mama Pepita unglücklich an. So hast du mich noch nie genannt und das ist wirklich ein sehr schöner Kosename. Muffelpuffel, kreist Priscilla, wenn mich jemals jemand so nennt, dann spreche ich eine Woche lang kein Wort mehr mit dem. Wenn mich jemand so nennt, entgegnet Papa Polunda, dann gibt es einen Kuss. Muffelpuffel, sagt Mama Pepita. Papa Polunda nimmt Mama Pepita in die Arme und küsst sie. Echt? Immer? fragt Pina plötzlich. Sie stellt sich vor Papa Polunda und ruft, Muffelpuffel. Sofort gibt ihr Papa Polunda einen Kuss. Pelle legt die Stirn in Falten und macht sein typisches Denkergesicht. Sein typisches Denkergesicht. Dann erklärt er, ich habe gehört, wenn jemand Mama Zimt und Zuckerschnutzchen nennt, dann macht sie für ihn Eierkuchen mit Zimt und Zucker. Das stimmt doch gar nicht, ruft Mama Pepita. Aber niemand hört mehr auf sie. Denn jetzt rufen alle Zimt und Zuckerschnutzchen, Zimt und Zuckerschnutzchen, Zimt und Zuckerschnutzchen. Zuckerschnutzchen, auch Papa Polunda macht mit. Na gut, sagt Mama Pepita, machen wir eben etwas zu essen. Aber ihr müsst mir alle helfen. Nacheinander flitzen alle in die Küche. Dort holt Pelle den Zucker, Pina holt den Zimt, Pina nimmt Eier aus dem Kühlschrank, Tante Irmel schlägt sie in eine Schüssel, Papa Polunda macht Butter in die Pfanne und Priscilla stellt Teller auf den Tisch. »Igelschnutzchen, gibst du mir mal die Gabeln?«, sagt sie zu Pina. »Aber natürlich, Mausi Pieps«, antwortet Pina. »Muffel, Puffel«, ruft Papa Polunda Mama Pepita zu. Und die gibt ihm einen Kuss. »Hier, mein Schnutenflöti.« Mitten beim Küssen fällt Mama Pepita etwas ein. »Wir müssen noch eine warme Milch für Rosenschnute machen«, Pina lacht. »Ich weiß, wer das ist. Das ist Pia. Bei mir heißt sie Engelein.« »Ich nenne sie Flusemuckel«, ruft Pelle vergnügt. »Und ich, Mondscheinmaus«, fügt Pino hinzu. In diesem Moment quietscht Pia in ihrem Bettchen. Man hört sie durch den ganzen Flur bis in die Küche. Priscilla lacht. »Na los, holen wir unser Kuschelküken, Rosenschnuten, Mondscheinmaus und Flusemuckel-Englein.« Bald darauf sind die Eierkuchen fertig und Familie Polunda sitzt am Tisch. Pia sitzt gemütlich auf dem Schoß von Tante Irmel. Die gibt ihr ein kleines Stück Eierkuchen und Pia zutzelt vergnügt daran. »Ja«, sagt Tante Irmel, »so war es mit meinem Mann auch. Manchmal, wenn ich die Hände voll hatte, hat er mir ein Stück Schokolade abgebrochen und es mir in den Mund geschoben. Das habe ich sehr geliebt.« Sie gibt Pia einen Kuss und dann sagt sie, »Und du bist mein Watteflöckchen?« »Ja«, rufen Priscilla, Pelle, Pino, Pina, Mama Pepita und Papa Polunda. Und dann stehen die Kinder alle auf und jedes drückt Tante Irmel im selben Moment einen dicken Kuss auf die Wange. So dicht stehen Pina und Pino, Priscilla und Pelle dabei um sie herum, dass keiner sehen kann, dass Tante Irmel in diesem Moment vor Freude eine ganz kleine Träne aus dem Auge kullert.